Herzlich willkommen zu diesem Screencast, liebe Studierende. Ich möchte euch heute das Tool Open Broadcaster Software vorstellen. Mit diesem habt ihr die Möglichkeit, Screencasts zu erstellen. Das Tool ist Open Source, das bedeutet, ihr könnt es kostenlos herunterladen. Es wird stetig auch noch weiterentwickelt, jedoch steht kein Unternehmen dahinter, sondern freier Entwickler. Ihr könnt das Tool für Windows 7 oder 8 herunterladen oder für macOS ab Version 10.8. Mit einem Klick auf die Buttons könnt ihr die Datei herunterladen und diese anschließend installieren. Nachdem ihr das Programm installiert habt, könnt ihr es ganz einfach starten, indem ihr auf dem Desktop das Icon anklickt. Als erstes solltet ihr in die Einstellungen gehen, um dort das Format, in dem die Videos abgespeichert werden, einzustellen. Hierfür geht ihr danach auf die Broadcast-Einstellungen und nehmt den ersten Dateifad ins Auge. Ihr klickt auf Durchsuchen und sucht euch einen Speicherort aus, wo ihr die Datei abspeichern möchtet. Ich möchte das zum Beispiel auf dem Desktop machen, klicke dafür hier auf Desktop und gebe hier Test ein. Ganz wichtig ist es, dass ihr bei Dateityp stehen habt, Punkt MP4, da es ansonsten zu Problemen führen könnte beim Hochladen des Videos in YouTube. Klickt anschließend auf Speichern und ihr seht, dass sich der Dateifad geändert hat. Anschließend solltet ihr noch das Test entfernen, sodass hier nur noch steht Punkt MP4. Wenn ihr das fertig gemacht habt, drückt auf Übernehmen und OK. Als nächsten Schritt seht ihr, dass ihr noch eine Quelle hinzufügen müsst. Hierfür geht ihr in das Feld Quelle und macht einfach Rechtsklick, geht über Hinzufügen und am besten Monitoraufnahme. Den Namen könnt ihr so lassen und drückt auf OK. Es öffnet sich ein neues Fenster, bei dem ihr soweit nichts einstellen müsst. Wenn ihr euch genauer dafür interessiert, könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen und Einstellungen vornehmen. Für den Screencast, den ihr für das Seminar erstellen solltet, ist dies jedoch nicht nötig. Drückt anschließend auf OK und den Hinweis klickt ihr auch mit OK weg. Anschließend steht eurer Aufnahme nichts mehr im Wege. Ihr könnt ganz einfach über den Button Aufnahme starten, um die Aufnahme zu starten. Ihr seht schon, dass ihr hier dieses Fenster habt, wo ihr sehen könnt, was ihr aufnehmt und könnt dann ganz einfach euer Tool vorzustellen und zu sprechen. Wichtig ist es, dass dieses Feld bei dem Mikrofon ausschlägt, damit ihr sehen könnt, dass ihr auch wirklich Ton aufnehmt. Solltet ihr fertig sein, könnt ihr wieder auf Aufnahme stoppen klicken. Anschließend ist die Datei an dem Ort gespeichert, so wie ihr den Dateifad eingestellt habt. Bei mir war es ja der Desktop. Schauen wir uns jetzt den Namen an der Datei, sehen wir, dass es das Datum mit der Uhrzeit ist. Dies wurde so gewählt, weil wir vor dem Punkt MP4 nichts hingeschrieben haben. Ansonsten hätte die Datei immer zum Beispiel den Namen Test gehabt, die nächste hätte Test 1, Test 2, Test 3. So erhält die Datei immer das Datum und die Uhrzeit und ihr könnt sie noch beliebig ändern. So könnt ihr ganz einfach Screencasts mit Open Broadcaster Software erstellen. Bei Problemen oder Fragen könnt ihr diese gerne ins Forum schreiben und wir helfen euch dann. Auf Wiedersehen!